Heute eine spezielle Runde Among Us, würde ich mal behaupten. Und naja, warum ist das so? Weil ich sehr betrunken war. Wer es nicht gesehen hat, kann sich gerne den Cocktail-Stream im Nachhinein anschauen. Der ist auf meinem anderen Kanal, auf dem Veni-Kanal, hochgeladen worden. Danach haben wir nämlich Among Us gespielt in einer relativ spontanen Truppe. Ja, sagen wir es mal so, selbst mit mehreren Promille-Intus bin ich immer noch ein Meisterdetektiv. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß. Es waren wirklich unterhaltsame Runden. Crew-Mate-POV! Ja! Scheiße, erstmal den Müll rausbringen. Komm, Fahrbo, ich entsorg dich. Scheiß Blätter, scheiß auf den. Rift und Maldado-Dings da. Zombie kommt aus dem Matic-Doof. ÄH! Zombie hat gerade einfach vor meinen Augen. Ja. Und hier hat es explodiert, ohne Grund. Ich hab noch... Ich hab noch... Es ist Fabo. Also Maldado ist letztendlich in einem Raum, glaube ich. Hä? Nee, Maldado... Der ist einfach umgefallen, oder? Der ist auch einfach umgefallen? Ich glaube, Zombie. Zombie. Wo, 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 wo? In Edmund. In Edmund. Ja. Da standen irgendwie sieben Leute und man darf es einfach umgefallen zwischen allen. Nein, nein. Ja. Unlucky war Schlaganfall. Vote Skip, vote Skip. Unlucky Schlaganfall. Also Zombie. Nee, Vorsicht. Ich hab's doch gesehen. Ich dachte, Zombie wär's. Ja, wir haben's alle gesehen, Zombie. Ja, wir haben's alle gesehen, Zombie. Zombie tut echt gerne, Leute. Wir haben's alle gesehen, Zombie. Vor allen Augen hin. Okay. Ich glaube, es ist Fufu. Hey, warum warst du denn nicht? You'll be gone. Was jetzt Zombie? Ey, Dings. Matt Bay jetzt fertig einfach. Look at this. Vor 60 Sekunden noch so, Bruder, du musst warten. Und jetzt so. Ey, Bruder, du bist fertig. Ich kann easy scannen. Winter, verpiss dich. Ah, du kannst kein Imposter sein. Du kannst mich nicht umbringen. Easy scan. Easy scan of my life. AHHHHH Ach, du Scheiße. Daddy. Wo kommt Fabo her? Äh, Maxi. Ja, Maxis Leiche lag beim Reaktor. Vor dem Simon Says Ding. Und ich bin gerade... Ich kann es aber nicht... Fabo, Karl kann es glaube ich auch nicht sein. Fabo, wo warst du gerade? Edi und ich waren recht... Wo warst? Fabo, wo kamst du gerade her? Äh, von Card Swipe. Da war Fufu und Reef waren da... Nee, da war ich glaube ich auch gerade eben. Ja, ich bin runtergerannt. Und da kam ich, ja. Ich war mit Fabo gerade am Ende bei Shields Communication. Ich habe mit Fabo alleine ein Admin-Ding gesehen vorhin. Ich war doch auch am Admin dabei. Also ich bin mit Rosnaff zusammen zu Reaktor gelaufen gerade. Du hast mich mit dem Admin-Ding gerade... Ja, Toni war da auch. Echt? Aber da war ich schon weg. Nee, ich glaube du standest weit rechts vom Admin. Und da konnten... Ich glaube da war ich... Ich habe halt erst ge-uploaded und dann musste ich zum... Oder gedownloadet, keine Ahnung. Da musste ich dann nach... Also ich war erst in Communications zum Ab- oder Download. Und dann ist die Aufgabe in Admin aufgeploppt. Deswegen bin ich dann zu Admin. Und da habe ich auf jeden Fall Fabo gesehen. Und ich glaube noch eine weitere Person. Ich glaube das war... Es ist Karl. Äh... Fabo gesehen. Das war am Anfang der Runde. Da war... Dann bin ich runter. Shields. Über Shields. Storage. Unten rechts. Laufbläser. Und dann gab es Reaktor-Maildown. Dann bin ich... Wollte ich zu Low-Engine gehen. Und dann ist... Ja. Körper reportet worden. Also ich war die ganze Zeit... Eine Frage. Wie bist du an Storage vorbeigelaufen? Nach Low-Engine. Wenn wir dort waren. Hä? Nein. Untenrum. Gerade eben. Ja, aber da habe ich dich nicht gesehen. Da habe ich dich nicht gesehen, Karl. Na da war ich mit Fabo und du warst da nicht. Wie ist jemand anderes da? Ja, wer denn? Wer war da noch mit mir da? Ja, Karl. Ja, 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 ja. Ey, willst du mich verarschen? Ja. War mein Fufu mich denn jetzt gewählt? Fufu ist es nicht. Es ist Karl. Ey, fix das bitte. Nicht euer Ernstes. Ich bin da hingegangen und Pinte hat mich umgebracht. Ich habe halt gewartet. Es war f... Ja. 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 Ich habe es nicht gerade gemacht. Ich war gerade auf dem Weg. Ich war mit Winter unterwegs. Ich wollte zu atmen und dann dachte ich, oh du bist mir entgegengekommen. Von wo? Von wo? Von wo? That's a lie. Aha. Ich war ganz kurz mit Maxi, war ich admin für den Card-Task. Den hat Maxi auch gemacht. Und danach bin ich wieder runter ins Storage gelaufen für den Müll. Also sagst du, es ist Vini und Maxi. Also sag ich, du bist... Was? Maxi. Ne, 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 ne. Perfekt gut Maxi. Fufu beschuldigt mich von no reason. Ich will nur meine Ausgaben machen. Nein, nein, nein. Maxi und ich sind safe. 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 Wolltet ihr gerade für mich? Nein, Wollt Fufu Maxi. Ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Ne, Vini. Ich habe Maxi gewonnen. Oh, oh. What? Oh mein Gott. Lila, Braun und Gelb sind suspicious. Lila, Braun und Gelb. Wow. Eine Branche habe ich ausgeschaltet. Lila, Braun und Gelb. Karl, Osaft und Winter. Karl, Osaft und Winter. Karl, Osaft und Winter. Karl, Osaft, Winter. Karl, Osaft, Winter. Karl, Osaft, Winter. Karl, Osaft, Winter. Ey! Ich lasse jetzt Wollt nur noch Vini raus. Warum mich? Weil du mit Maxi zusammen warst? Ja, aber ich habe ihn geprovet. Wenn du einen One for One machen willst, dann musst du jemanden rausvoten, der gegen ihn ist. Er war nicht mal mit Maxi zusammen. What? Also entweder wir skippen jetzt oder wir moten Fufu für One for One. Das ist definitiv wenig. Aber warte, 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 warte. Bevor ihr votet, let me explain. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ihr habt noch die Zeit. Nein, nein, nein. Warte. Pass auf, pass auf. Let me explain, let me explain, let me explain. Bei sieben ist es nicht worth it zu voten. Bei sieben votet man nicht. Weil wenn jetzt zwei Imposte noch am Leben sind, dann ist es ein Double Kill. Ihr seid so blöd. Ihr seid so blöd. Du bist ein doofer Politiker. Good luck and fun winning. Die sind so dumm. Ja. Die sind so dumm. Ich brauche nur eine Flasche, damit ich spielen kann hier. Ich brauche nur eine Flasche. Double Kill Andy incoming. Dings. Ey. Hier jetzt. Hallo. Wenn ich zuerst tot bin. Es ist Zombie. Hallo. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Ich verstehe. Oh mein Gott. Darf ich vielleicht einfach dieses Spiel spielen? Ich werde eh rausgeworden, wie da was passiert. Also. Und wieder Weapons. Piu. 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 Das ist nicht euer. Das ist nicht euer. Und ich habe votet, weil ich Angst in mein Leben habe. Können wir Zombie bitte rausvoten? Nein. 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 Ich war bei Wintercracker. Ich hatte die Zombie schon wieder folgt. Alle hat von mir eben so eine Imposterkarte weißen. Okay. Wie wäre es, wenn wir Maxi rausvoten? Der stand da rum. Ich würde mich rausvoten, aber ich war einfach bei Wintercracker. Karl war AFK. Karl ist Imposter. Nein. Okay. Sorry. Ich dachte es ist Jeff. Ich habe gesagt es ist Karl. Es gibt nur wen, die der tot ist. Egal. Ja. Komm, scheiß auf den. Ich mache keinen Tasks. Ich mache keinen Tasks. Sollen die verlieren. Chad, wisst ihr was das Traurige ist? Eisler 4 Promille. Trotzdem schneller bei allen Tasks als die anderen. Dann ist es Karl. Ganz sicher. Karl und Maxi waren im Raum. Was? Und dann muss Karl rausgewendet werden. Was? Definitiv Karl. Also wenn Karl rausfliegt sind es Winter und Fabo. Ja, wir wissen es ja nicht, ob es richtig ist oder falsch. Wenn es nicht vorbei ist. Aber wir können es hier halt noch im Winter rauswerfen. Das ist absolut trash. Dann ist eigentlich ein Traitor auf jeden Fall raus. Oder wir gucken wie schnell Kills passieren, aber es ist safe. Es war safe so. Ein paar Sekunden später. Und Wintercracker hat gruselig alle beobachtet. Ich war aber gerade eben mit Fufu und Reeve noch bei Electrical Dinger. Ich war die ganze Zeit nicht in der Nähe. Dann ist es genauso wie ich vorhin gesagt habe und es ist Osa. Oh, das ist ein Cell. Ich kann alle mal hinter Zombie in der Cafeterie. Ich habe gesehen, wie Osa mit Maudado hochgerannt ist. Und ich wollte eigentlich Electrical rein, weil ich da eine Task hatte. Aber bin dann den nach und dann gingen die Türen zu. Und dann ging Licht aus. Dann habe ich die ganze Zeit den Report Button gespammt in der Cafeterie und habe keinen gefunden. Wintercracker. Wie viel Spaß? Nachruhen! Ist doch nicht unschuldig. Wait. Wer ist gerade nach rechts gelaufen hier neben der Cafeteria? Drei Leute. Und hinter euch ist die Tür zugegangen. Ich habe den Knopf gedrückt, um irgendwen zu retten. Wintercracker und Fabo laufen auch die ganze Zeit auf der Stelle miteinander rum. Ja, weil Fabo mir glaubt und ich glaube auch, dass Fabo eh nur ist. Deswegen laufe ich mit dem zusammen rum. Mörder! Es wäre schon lang vorbei, wenn nur noch... Ich rieche das Blut an euch. Es wäre schon lang vorbei, wenn es nur noch zwei wären. Ich glaube nicht, dass du... Karl war's fest. Ich würde einfach skippen. Wir sind auch glaube ich mit Taten. Ich glaube es ist großer. Das Ding ist hell. Also ich bin es halt echt nicht. Ich skippe. Er war bei mir. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Ich war hinter dir. Also gerade genau in dem Moment bin ich unten aus der Cafeteria gekommen. Okay wir skippen nochmal. Let's go. Ich würde einfach skippen. Ja, ja. Lass einfach... Chillen. Ja hui! Feed up! Null Merchers, die wenigstens! Das Ding ist halt... Hinterkirker ist safe. Er hat mich überzeugt. Er war natürlich... Danke. Wir sind einfach immer noch alle am Leben. Weil... Also ich habe das Gefühl, wir haben eh nur noch einen Poster damit definitiv... Was würdest du, wer ist... Okay, mein Mitbewohner ist gerade nach Hause gekommen. Wir benehmen uns jetzt. Es muss... Es muss Ursaft sein. Ursaft sein. Ursaft ist dead. Oh ne ne, warte. Wo war Toni? Ich bin gerade von rechts nach links zum Lower Engine. Wir sind nüchtern. In Lower Engine, da bin ich gerade hin. Da sollte ich Benzin auffüllen. Und bei dem einen sollte ich dieses kleine Ding drehen, um diesen Stromkreislauf wieder in Bewegung zu bringen. Aber ich bin auch vorher die ganze Zeit möglich gelaufen, Jungs. Zombie und Winter könnten... Rechts vor, äh... Vor, äh... Wie heißt das? Navigation? Navigation, ja. Aber Fabo war es definitiv nicht. Mit dem war ich gerade... In der Navigation war ich halt auch nicht. Er ist entweder Reefed oder Ursaft. Aber wenn wir jetzt voten... Ich bin, äh, an Navigation vorbei. Da war Ursaft und Fufu. Dann bin ich vorbei, um unten meine Aufgabe zu machen. Und... Ich war überhaupt nicht in Navigation. Was? Aber kann das jemand bezeugen? Nein! Ich war doch nicht. Das ist ne Lüge. Ja, der kam von da. Nein! Nein! Aber es kann auch sein, dass irgendwie... Im März in Laura schlappt Wülfstädter, beantwortet uns auf Snap. Wenn nicht, dann muss es Kony sein. Dann müssen wir Knopf drücken. Unn egal. Yeah! Jungs, Alter! Das war... Oh, das war so... Scheiße, die Runde. Oh, die Shit. Eis noch vor Imposter. Please! Hä? Ja, ja. Du... Make POV. Ey, das ist nicht euer Ernst. Bitte, Voselzombay raus. Ich krieg sonst nen Herz, Kasper. Ich krieg wirklich nen Anfall. Ich Voselzombay. Ich kann dieses Spiel nicht spielen. Wann ist Karl gestorben? HOLD UP! Also... Rechts waren Maudaro Zombie und danach noch Reefed. Wer war nicht rechts? Ich bin direkt noch ohne gelaufen. Ich werde auch direkt den Oxygen in den Hebel betätigen. Für den Müll oder Schredder oder sowas. Ich war noch Cafeteria. Ich war auch noch Cafeteria. Ganz oben rechts. Wer hat Karl gesehen? Wo lag Karl denn überhaupt? Ach, niemand hat ihn gedreht. Der muss noch in Cafeteria liegen. Weil ich weiß, es ist kein nach links gelaufen. Warte, 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 warte. Rechts waren Reefed, Osaft, Zombie und ich. Wer war unten? Maudaro war auch rechts. Ja, ich bin von Zombie weggerannt. Ich hab grad Zombie gebootet, damit ich leben kann. Osaft und Fabo, wo waren die jetzt dann? Ich war rechts. Ich bin direkt am Anfang unten gerannt. Warte. FABO IS IMPOSTER! Mich haben drei Leute gesehen. Mich haben drei Leute gesehen bei Weapons. Und Fabo called, dass ich es bin. Es muss Fabo sein. Ich hab gesehen Maudaro, Zombie und dich dann später. Ja, aber Zombie ist doch die ganze Zeit Maudaro hinterher gerannt. Die sind beide zu O2 gelaufen und beide wieder zurück. Ich hab nur Zombie gesehen und mein Leben verschwinden. FABO IS IMPOSTER! FABO IS IMPOSTER! FABO IS IMPOSTER! FABO IS IMPOSTER! Maudaro, Alter! For no reason! FABO bei Lights, Maxi hier. Maxi und FABO. Storage unten rechts war da, wo man die Blätter macht bei Storage. Ich bin bei Storage oben vorbeigelaufen. Vor dem Müll, vor dem Müll Ding. Ah ja. Tony, 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 Tony. Hast du Maxi gesehen? Ja, oben rechts. Ich war mit Maxi bei Communications, dann ging Licht aus. Ich bin zu Lights gelaufen. Und dann wurde direkt nachdem ich Lights gefixt hab, die Leiche reportet. Ich hab Fabo da drauf gesagt. Ich bin auch zu Lights hingelaufen. Ich bin aber oben rumgelaufen. Also unten bei Storage. Was für oben rum, du was bekommst? Nein, 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 er ist nicht oben rumgelaufen. Maxi ist Imposter. Maxi ist unten lang gelaufen tatsächlich. Aber du hast mich mit Fufu betrachtet und du bist danach links abgehoben. Ja, ich bin aber beim oberen Teil von Storage, nicht unten rumgelaufen. Ach so, das meinst du. Das meine ich, nicht ganz oben. Ich hab doch gesagt bei Storage, aber im oberen Teil von Storage. Ja, ja, das ist gut, lass ich dir erklären. Aber ich glaub, wenn er oben rum bei Storage läuft, hätt ich ihn gesehen. Wenn er unten rumgelaufen ist... Warte, 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 warte. Wer hat das gerade gesagt? Wer hat das gerade gesagt, dass Maxi sich überzeugt hat? Ich kann ihn dir aufnehmen. Wer war das gerade? War das Modaro oder war das Osaft? Wer hat gerade Maxi verteidigt? Ich hab gesagt, Maxi war rechts. Ja. Und dann hab ich gedacht, ah, ich verstehe. Gut, dass du dich erklärt hast. Maxi zu beruhigen. Kann ich jetzt was sagen? Zombie ist, als das Licht ausging, mir entgegengekommen, lower engine. Er ist an Licht vorbei, als es aus war und ist einfach hochgerannt zu Reaktoren. Ich glaub, Maxi und Modaro sind. Ich schwör, Maxi und Modaro. Tony war safe, Tony war safe, Tony war safe. Schau, pass auf, bevor wir irgendwen beschuldigen. Wir haben noch 7 Sekunden Zeit, bevor Votings passieren. Wir sind 7 Leute, never vote on 7. Wir skippen, okay? Weil es keinen Sinn macht, weil wenn wir jetzt falsch voten, machen die Double Kill und ist es over. Einfach skipp, einfach skipp. Melonen gut. Tony ist safe. Die Leiche liegt in Camp. Also Osa, falls du irgendwas fragst, ich wurde gerade angerufen. Leiche liegt in Camp? Ja, ich bin da gerade. Da war Zombie die ganze Zeit. Nee, Zombie war die ganze Zeit hier oben. Er ist gerade gestorben, ich war gerade nicht da. Wo ist hier oben? Maudado ist gestorben. Zombie war vermutlich zwischen Upper Engine, Cafeteria und Mad Bay irgendwo da. Wo warst du? Ich war jetzt am Ende in Admin. Dann hatte er länger in, nee, du warst in Cafeteria. Ja, Cafeteria bei dir und dann bin ich runter zu Admin gelaufen, während du nach links gelaufen bist. Ach so. Und wo war die Leiche? Mit Angst. In Camps. Dann ist es Zombie, weil der es in Camps reingelaufen hat, gewendet. Safe. Ich glaube auch. Ich glaube auch das, weil ich werde, wenn ich... Wie sind denn die Kameras überhaupt? Die Kameras sind links neben Mad Bay, man kann von Kamera in Electric oder in Mad Bay wenden. Das heißt, wenn er dort einen Kill gemacht hat, in Mad Bay gewendet ist, kann er rauf in Cafeteria laufen. Wo soll ich denn überall hingelaufen sein in der kurzen Zeit? Also ich mach halt in Admin. Einfach komplett über die ganze Zeit. Das waren schon so 15 Sekunden. Sag mal, was hast du für Tasks gemacht? Du bist auch so kurz in Mad Bay, hast du kurz reingeguckt? Pass mal auf, wir haben noch niemanden gewotet bisher. Wir müssten jetzt jemanden voten und Zombie ist hauptverlässiger. Ich weiß absolut gar nicht. Warum müssen wir denn jetzt jemanden voten? Weil wenn wir jetzt niemanden voten, machen die Impostor Double Kill und dann ist es 2 gegen 2 und wir haben verloren. So, aber die sprechen sich bestimmt nicht gut ab. Okay, Zombie und Osaf sind Impostor. Das kann auch echt sein. Ich glaube, dass es Zombie und Osaf sind. Ich laufe mit Toni mit, ich mach Simp. Aber ich weiß, dass sie innocent sind, deswegen laufe ich mit ihm mit. Toni! Don't do it. Okay, Osaf, die nächste sind hier. Toni! Jaaaa! Alter, Mexi, ist halt erst. Ja, wie sollte ich da mit dem King gerade am Ende? Die waren alle zu zweit verwegt immer. Ja, die waren alle zusammen. Jo, was war der Kill Cooldown am Anfang? 0 Sekunden? Äh, am Anfang ist immer 10 Sekunden. Das ist immer 10 Sekunden. Ciao, ciao! See ya, boys! Fufu, Osaf, Winterfabo. Fufu, Osaf, Winterfabo. Fufu, Osaft in der Farbe Fufu, Osaft in der Farbe Fufu, Fufu, Fufu CARL! We sing it long, sing it long Fufu, Osaft in der Farbe No way MEXI Oh mein Gott, Alter Ich lass gerade Farbe mitgehen Vini ist tot und er lag Alkohol, Leber Und irgendwer ist mir entgegengekommen Aber ich hab die Farbe nicht gemerkt Wir können schonmal sagen, dass die Farbe die entschärft haben Beim Reaktor, könnens schonmal, glaub ich, nicht gewesen sein Ich hätt auch Winter, glaube, im Ding Ich hätt so viele Leute umbringen können Ich war mit so vielen Leuten kurz allein HALT DEIN MAUL, FABO Ich war mit FABO eingesperrt in der Elektrikale Aber er hat mich nicht gekehnt Ja, komm, bauten wir Maxi raus Was, 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 da waren so viele Mich Winter hätte killen können Mich Winter? Ja, hätte er dich killen können Ich glaub, ja, ich war einmal mit ihm Navigation oben kurz alleine Aber, ja Okay, ich glaub, es sind Reefd und FABO Aber ich, ja, ja Ich weiß auch nicht An eurer Stimme Einfach an eurer Stimme Ja, Karl, Richard, Karl, literally bei Reaktor PogChamp sag ich PogChamp Ja, wir skippen, natürlich skippen wir Hä? Das ist eine Fosta-Frage Hä? Was ist das? Was ist das? Es war 3 Promille, immer noch schlauer als das Ja Junge, könnt ihr aufhören die ganze Zeit die Besprechungen zu machen Während ich dieses Tasten-Einfeld-Spiel mache Okay Ich guck kurz, ob mein Essen da ist Ich hab auch gesehen Eine Frage An Maudat oder die Leute, die dieses Game schon öfter gespielt haben Wart ihr mit mir in Mad Bay? Ja, ne? Ich war auch in Mad Bay Kann man so schieben auf dieser Mad Bay Station Nein, ich verstand nämlich Waiting for Fufu Deswegen Fufu ist Proof Inzwischen Welche Person hat deine Jugend am meisten geprägt? Me Ja, hui Heads up Ja, ich bin nicht gestoppen Alle Aufgaben fertig Habo? Ich find dich Maxi, was gab's eigentlich zu essen? Faro, Usa, Winter, Maudat-O-Zombie Heahem Reaved Ja das ist jetzt awkward, oder? Wieso das awkward? Wieso das awkward? Wieso das awkward, mein всегда? Wann ich gerade gekillt hast Du hast genau wo meine Augen gekillt Unten war ja, ähm, Communications, genau da. Gleiche war bei Communications ja mit Maxi Fai in dem Raum. Und ich habe gerade angelaufen mit Storage. Ich würde niemals sowas machen. Weil ich nämlich gerade in Electrical die Lights gefixt habe, bin dann rüber zur Communication und sehe einfach, wie Maxi Fai gerade, ähm, Ja! Ich bin halt abgesteppt. Maxi, von wo bist du hingelaufen nach Communications? Äh, von Storage. Ich war unten mit Wittercracker. Ja, kann ich bestätigen. Ich glaube, ich muss eigentlich auch Maxi. Wo war Fufu? Ja, Fufu war in Storage und hat Kabel. Hallo, ich hab's ja gesehen, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, wie es Maxi Fai war. Ich möchte noch eine Sache anmerken. Ich glaub Maxi. Was? Nein. Und haben mich wie ein Stück Fleisch angeguckt. Die haben mich wie Momte angeguckt. Egal. Ich kam von Electrical, hab da die Lights gefixt, bin über Storage rüber zur Communications und sehe, wie Maxi Fai ihn abgestabt hat. Nein, warum? Und dann hat der Selfie-Tor, und der ist nicht angelaufen gekommen. Also, das mit dem Weg stimmt. Ja, ich wollte direkt Maxi, weil er zu ist. Das ist so eine Lüge. Den habt ihr gewartet. Maxi. Ja, ich glaub was. Jemits haben wir gewartet. Ich glaub, Maxi. Ich glaub, Maxi. Ich glaub, Maxi. Ich glaub, Fabo ist Imposter. What? Ja, Maxi aber ist. Ja. Okay, wir wollten Maxi los. One for one, brother. You're gonna go down. Ich wollt auch noch mal, solange die Erinnerungen frisch sind, hier reden. Hat noch irgendwer was zu sagen? Was hat's noch? Sag an, Mauder. Die Frage ist, war's Reefed? Ich geh davon aus, ja. Ich hab Maxi vertraut. Ähm, die Sache ist, wer hatte Reefed so krass verteidigt? War das Osef, der gemeint hat, und dann noch gevotet? Oder war das Spaß? Und ihr habt anders gevotet? Ich war ein bisschen verhirt. Ja, für Maxi vertraut. Ich hab aus Versehen gesagt, jetzt ist Maxi vertraut. Osef hat Maxi vertraut, ja. Okay. So, ja. Also ich glaube, Veni hatte für Maxi gevotet. Ja. Drei Leute haben für Mauder gewotet. Also, der Grund, warum ich das Voting überhaupt gerufen habe, ist, weil wir Reefed rausgevotet haben, obwohl es eine 1 gegen 1 Aussage gegen Maxi war. Und dafür würde ich ein One for One nehmen. Das heißt, wir voten jetzt einfach kollektiv Maxi raus, damit Ruhe ist. Ja, also... Sicher bleibt. Das ist eine kleine Regel. Also, Veni, hä? Also, für die Aussage... Also, wenn ihr wieder verlieren wollt, dann votet mich raus. Wenn ihr einfach nur einen fairen Trade haben wollt, votet Maxi. Aber niemand hat beide gesehen. Toni hat gegen Maxi ausgesagt und Maxi gegen Toni. Und niemand kann irgendjemandem proofen. Also, wäre ein One for One das Sinnvollste. Alles klar. Gut, dann verliert halt. Das ist die größte Int-Lobby aller Zeiten. Ich brauche noch einen Drink. Es lebt nur noch ein Imposter, das ist safe. Ja, Fabo ist halt vorgegangen. Ja, Maxi war bei mir. Die Kürung waren genau immer hinter ihm. Maxi war bei mir. Deswegen waren Maxi und ich zusammen immer eingeschlossen. Ja, wir waren immer eingeschlossen. Ich hätte Fufu so safe gehen können die ganze Zeit. Das hätte niemand gesehen. Ja. Und Fabo ist halt vorausgegangen. Also, er hätte Zeit gehabt, in Electrical bis dahin zu kommen, aber... Ich hab Fabo geboten, weil ich zu oft... Also, Imposter in der Lobby musst du einfach nichts sagen und du gewinnst. Es ist so dumm. Warum? Ich hab da dann halt panikfrei eingesprochen. Nein, 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 nein. Du warst mit Fufu am Knopf, oder? Maxi? Nee, Maxi ist mehr als der Cafeteria. Mh. Äh, Jasper. Okay, also war jemand einzeln unten am Knopf? Ja. Maxi, du hast alleine den Knopf gemacht. Welchen Knopf? Du warst mit der Cafeteria links. Ja, ich war davor bei Sexuality, hab Kabellage-Dings, dumm, dumm. Nix. Ja, ich hab gedacht, wenn ihr beide da gewesen werdet, wir waren oben zu Fufu, deswegen hätt uns Fabo nicht umbringen können, werdet ihr beide safe gewesen. Aber ihr wart anscheinend nicht gleichzeitig am Knopf. Maxi ist auf jeden Fall safe. Letzte Runde, als der Kip passiert ist, waren wir... Ja, dann war ich für Fabo. Ja, dann ist es Fabo. Okay, für Fabo. Echt, denkst du. Ah, scheiße. Und der Frost hat jetzt versucht, Fabo noch zu unterstützen, indem er mit Baudaro hier halt draußen ausgesperrt hat. Nee, das war ich. Ach, easy. Ja, easy. Fabo-Sprinzesto. Und... Ey, ich will kurz was einwerfen, okay? Ich bin die ganze Zeit Crewmate und werde jede Runde rausgewohntet. Was habt ihr gegen mich? Das ist der Hedge.